Hey Leute, was geht? Ihr seid bei JBKarlsTV. Letztes Mal haben wir Google Fragen beantwortet über Autos und heute ist Teil 2 dran. Schauen wir mal, was Leute ansonsten noch rumgoogeln. Das erste, was wir haben, sind Dürfen Cursor, Autos. Solltet ihr die letzte Episode nicht gesehen haben, sondern die Position des Cursors bei der Google-Frage bringt andere Ergebnisse. Ich finde es sehr lustig. Dürfen abgemeldete Autos Straße stehen? Du meinst wohl auf der Straße stehen. Und nein, die Politesse kommt und gibt dir einen Straftettel, wenn du das machst. Dürfen E-Autos auf Busspuren fahren? Ja, dürfen Radfahrer Autos rechts überholen? Ich würde nicht wissen, warum ein Fahrradfahrer schneller ist als ein Auto. Aber man darf es zwar, aber es ist verdammt gefährlich für den Radlfahrer. Weil sollte das Auto das Rad nicht gesehen haben und rechts abbiegen, obwohl der Radlfahrer geradeaus möchte, dann kommt es zu einem Unfall. Dürfen abgemeldete Autos auf Privatgrundstück? Klar, es ist dein Grundstück. Du darfst hinstellen, was du willst. Dürfen Schweizer-Deutsche Autos fahren? Nein, Schweizer dürfen keine BMWs, keine Mercedes, keine Audis, keine Porsches, keine Opels fahren. Auf keinen Fall dürfen Schweizer-Deutsche Autos fahren. Das ist aber gut. Dürfen Diesel-Autos noch fahren? Ja, nur nutze sie bitte. Dürfen Autos und danach der Kurser. Dürfen Autos mit Hakenzeichen in Umweltzonen? Haha, ja. Dürfen Autos auf der Straße parken? Wenn es nicht so wäre, dann hätten wir sehr viele jetzt ein Ticket. Dürfen Autos fotografiert werden? Wenn es dein Auto ist, auf jeden Fall. Wenn es ein anderes Auto ist, dann würde ich bei Fotos einfach die Kennzeichen schwärzen oder unkenntlich machen. Dürfen Autos mit LKW-Zulassung sonntags fahren? Wenn das Auto als LKW zugelassen ist und LKWs sonntags nicht fahren dürfen, gehe ich mal davon aus, dass du auch nicht fahren darfst. Dürfen Autoscheinwerfer von innen beschlagen? Okay, wenn das passiert, dann heißt es irgendwo in deinem Scheinwerfer, entweder in der Dichtung oder im Scheinwerfer selber, ist irgendwo eine Lücke, ein Riss oder so, wo Feuchtigkeit eindringen kann. Und vor allem in der Früh, wenn Scheiben auch beschlagen, sollte dein Scheinwerfer von innen beschlagen sein, dann würde ich auf jeden Fall, wenn du autointeressiert bist und es kannst, würde ich den Scheinwerfer mal ausbauen und schauen, wo die Feuchtigkeit eindringt. Oder, wenn du es nicht bist, würde ich in eine Werkstatt fahren. Wann Autos? Wann sind Autos am günstigsten? Cabrios sind wahrscheinlich im Spätherbst und Winter am günstigsten. Normale Autos sind wahrscheinlich immer gleich teuer. Wann treffen sich zwei Autos mit unterschiedlicher Geschwindigkeit? Wie soll ich das denn wissen? Wann wurden Autos erfunden? Das erste dampfbetriebene Auto ist 1879 erfunden worden. Das erste motorbetriebene Auto 1886. Das erste Dieselauto klug, glaube ich, kurz danach. Das waren die Autos, die nur Gehgeschwindigkeit fahren konnten. Wann kommen selbstfahrende Autos? Hoffentlich nie. Wann treffen sich zwei Autos Beschleunigungen? Ich habe doch gesagt, ich weiß es nicht. Wann werden Autos abgeschleppt? Wenn du sie irgendwo hinstellst, wo sie nicht stehen sollen. Wann werden die meisten Autos gekauft? Wenn das alte kaputt ist. Wann ist man Eigentümer eines Autos? Schwierige Definitionsfrage. Eigentümer ist, glaube ich, wenn man das Auto unter seinem Namen gekauft hat. Wann treffen sich die Autos? Ich weiß es nicht, das habe ich doch gesagt. Finde es selber raus. Obwohl, ich bin hier, um die Fragen zu beantworten. Hupsi. Wo, Cursor-Autos, wo Autos, wo kaufen Autohändler ihre Autos? Von Privatmenschen, die ihre Autos nicht mehr haben wollen. Wenn es ein Gebrauchtwagenhändler ist, wenn es ein Neuwagenhändler ist, dann kriegt er die Autos tatsächlich vom Hersteller. Wo steht das Baujahr eines Autos? Im Fahrzeugschein. Wo in Europa sind Autos am günstigsten 2018? Westliche Länder? Wo finde ich den Farbcode meines Autos? Die Farbe steht, wenn du die Motorhaube aufmachst, meistens auf dem Holm, wo die Aufhängung befestigt ist. Wo gehen die Autos von wir kaufen dein Auto hin? Entweder weiterverkauft oder verschrottet. Ich will es ehrlich nicht wissen. Wie Autos? Wie viele Autos gibt es auf der Welt? Viele. Wie viele Autos gibt es in Deutschland? Wir haben ungefähr eine Population von 85 Millionen. Wenn wir davon ausgehen, dass viele kein Auto haben, viele haben mehrere Autos, viele haben nur ein Auto oder zwei. Schätzungsweise sagen wir mal ungefähr die Hälfte. Also sind wir bei um die 40 Millionen Autos. Wie lange dauert die Produktion eines Autos? Kommt aufs Auto an. Sehr günstige Autos, die am Förderband hergestellt werden, von Anfang bis Ende. Das sind ein paar Stunden oder ein paar Tage. Manche Autos, die in Handarbeit, in Kleinserie hergestellt werden. Da kann es schon mal ein paar Wochen dauern. Wie heißen die Autos von Cars? Wir reden nicht über Cars. Wie können sich manche so teure Autos leisten? Sie haben einen guten Job und verdienen viel Geld. Wie viele Autos hat Ronaldo? Zu viele. Unter anderem hat er ja den Bugatti Laboitur Noir gekauft. Warum Autos? Warum keine Wasserstoffautos? Yes! Einer kommt auf die Idee. Wasserstoffautos sind die Zukunft, Leute. Das ist viel besser. Aus dem Auspuff kommt nur Wasser. Du verbrauchst nur den größten, ungenutzten Rohstoff dieser Erde. Salzwasser. Und du kommst überall hin. Tanken dauert fünf Minuten. Es ist perfekt. Warum heißen Autos Erlkönig? Erlkönige sind Autos, welche noch nicht in Produktion sind. Und diese Camofolie haben, sodass man die Details eines Autos nicht sieht. Aber das interessiert mich jetzt auch, warum heißen Autos Erlkönig? Gib mal eine Sekunde. Die Namensgebung geht auf Goethes Ballade Erlkönig zurück, die mit dem Vers Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind beginnt. Also eigentlich kommt Erlkönig von Goethe. Man lernt immer wieder was dazu, Leute. Selbst ich. Warum gehen Marder in Autos? Sie finden es lecker. Aus irgendeinem Grund. Warum sind Autos bei 250 abgeriegelt? Ich schätze mal Sicherheit. Warum sind Autos zu teuer geworden? Die ganze Elektronik, die eingebaut wurde. Warum sind deutsche Autos so beliebt? Weil wir den Ruf haben, sehr qualitativ hochwertige Autos zu bauen. Oh, gute Frage hier. Warum blinken Formel 1 Autos hinten? Dieses Licht, das hinten unter dem Heckflügel ist, dient erstens dazu, bei Gischt zu sehen, da ist ein anderes Auto vor dir. Sei vorsichtig und fahre nicht hinten drauf. Und bei den moderneren Formel 1 Wagen blinkt es jedes Mal beim Bremsen, wenn die Energierückgewinnung aktiv ist. Also wenn es Energie aus der Bremse sozusagen zurück in den Elektromotor holt, dann blinkt es hinten. Das ist wahrscheinlich die beste Frage, die man bisher gehabt hat. Letzte Kategorie. Es ist eine gute. Warum Autos? Das erste Ergebnis bei Warum Autos, laut meiner Suche, sind Warum Autos besser sind als Frauen. Nun, Autos kosten wahrscheinlich im Unterhalt weniger, zicken nicht so rum. Und je nachdem, was für eine Frau du hast, kann ein Auto schöner zum Anschauen sein. Ich hab wirklich nix gegen Frauen. Ich beantworte nur Googles Fragen. Irgendwer muss das ja gestellt haben. Und es war, bin nicht ich gewesen. Warum Autos nur für Export? Dies liegt daran, dass mehr Leute in Asien, es mehr Leute in Asien gibt. Warum Autos tiefer liegen? Es schaut verdammt cool aus. Warum Autos wachsen? Schützt den Lack? Dann schaut besser aus. Warum Autos nicht im Stand warmlaufen lassen? Okay, okay. Das ist etwas, das wurde den Leuten eingetrichtert. Weil wir müssen ja die Umwelt sparen. Auf keinen Fall. Macht es einfach. Warum Autos ummelden, muss man. Warum Autos einfahren, muss man nicht unbedingt. Das war alles. Alle Google Fragen, die ich bisher hatte. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, dann sagt sie mir in den Kommentaren. Ansonsten, driftet eure Hand über den Abonnenten-Knopf. Macht einen Ballenaut auf den Like-Button. Und ich sehe euch in den nächsten Videos. Ciao. 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 Ciao.